Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Servus aus dem Maximilian Ego. Mein Name ist Fabian Mehring. Ich darf der parlamentarische Geschäftsführer der Freie Wähler Regierungsfraktion hier im Bayerischen Landtag sein. Endlich wird es Frühling. Die Sonne strahlt wieder über Bayern. Und endlich geht es auch voran mit der Corona-Krisenbewältigung in Bayern. Weil die Menschen in unserem Land so gut mitgemacht haben, sind wir endlich wieder in der Lage, nicht mehr den Lockdown ständig verlängern und vertiefen zu müssen. Nein, wir können endlich wieder über verantwortbare Öffnungsstrategien miteinander diskutieren. Es geht die ersten Schritte zurück in Richtung Freiheit, in Richtung Normalität. Meine persönliche Zuversicht dabei gründet sich auf mindestens zwei Dingen. Einerseits beruflich. Ich freue mich darauf, dass wir hier im Bayerischen Landtag rauskommen. Aus dem Corona-Tunnel wieder gestaltend Politik machen können, unsere Ideen für Bayern voranbringen zu können. Auch wieder in voller Besetzung mit allen Kolleginnen und Kollegen und nicht mehr einzig im Modus des dauerhaften, lähmenden Krisenmanagements. Und zum anderen freue ich mich natürlich auch privat auf diese Zeit nach der Pandemie. Ich bin bei mir zu Hause Vorsitzender von einem Sportverein, von einem Tennisclub. Und meine persönliche Zuversicht ist, schon bald wieder die ersten Aufschläge draußen an der Sonne machen zu können. Und auch mit dem einen oder anderen Freund aus dem Verein hinterher wieder ein Bier auf unserer Anlage gemeinsam trinken zu können. Das ist die Richtung, in die es jetzt wieder geht. Das haben wir uns mühsam verdient in Bayern durch eine unfassbare gemeinschaftliche Kraftanstrengung. Und jetzt gilt es noch, weiter diszipliert zu sein, die nächsten Schritte in diese Richtung zu gehen, um dann endlich wieder unser altes Leben zurückzubekommen, wieder Freiheit und Normalität und das besondere Leben hier in Bayern genießen zu können, um das man uns auf der ganzen Welt sehr zurecht, wie ich finde, beneidet. Vielen Dank.